hey und herzlich willkommen zurück zu sapiens und den mammuts mein name ist kumpel ich bin der guardian auf meinem drive auf meinen drive es ist very good english jedenfalls ja wir haben mammuts zu besuch ich habe erst ein bisschen sorgen gehabt dass sie vielleicht aggressiv sind sie zeigen aber aktuell noch keinerlei anzeichen für aggressivität unser dorf ist weiterhin schön wie ich weiß nicht mir fällt das richtige wort nie ein aber schön und ich hoffe immer noch darauf dass wir hier ein paar birken mehr kriegen die wir pflanzen irgendwann mal und die wir aufhellen können irgendwo habe ich auch birken gepflanzt aber ich weiß nicht mehr wo ich dachte das wäre hier so gewesen aber vielleicht auch nicht hier wachsen auf alle fälle pflänzchen da auch und hier ist eine ganze menge zeug noch zu pflanzen aber das leid ja das ist also was wir machen da da machst du nichts wir haben offensichtlich kein holz mehr für feuer weil wir ja alles in die häuser stecken aber wir haben halt auch noch nicht die fähigkeit holz zu hatte mal haben das wollte ich kann man das irgendwie erforschen bild das was nicht wir haben viel das liegt ja auch noch um ja mal auch noch was nie passiert da liegt da mit dem ganzen das ist natürlich gemütlich und wo ist das an wo sind die anderen betten das sind nicht alle leute im bett ne ne bei weitem nicht nicht alles voll zeug seid ihr was seid ihr was seid ihr für schlamm krussels mhm also rumkrumplen gut dass seine wand des schweigens davor ist ja wir haben halt auch nicht kein kein die maus eingeschlafen bestehen jedes wirst du das ich hoffe es schläfst du ich hoffe es nicht tot aber wo kriegt ihr jetzt für ordentlich holz her das ist doch mist vielleicht muss ich den apfelbaum fällen warte mal gucken wir uns den mal an ob der uns erkenntnisse bringt ja gut der orangenbaum ist das entschuldigung der apfelbaum ist weiter weg ich meine klar wir können auch hier äste holen wir können ja auch aber es ist nicht nicht so richtig zielführend wasser der ist schon hier irgendwas gelse gelse ring sammeln ja und wenn ich und wenn ich noch mehr achste mache das ist noch belegt ich in die hütte so was auch belegt ich habe kein flint ja aber ich habe doch flint gefunden auf flint ist echt selten ich versuche es hier noch mal mit flint irgendwo flinti flinti ich bin der flintsucher gut ich ein guardian bin ich kann rumfliegen ich bin ich bin gott gleich ein kleiner gott so zu sagen die wahren herrscher sind die mammuts mammut mammut aber wo kriege ich flint in größeren mengen her das war die luci ich habe vergessen telegram auszumachen sehe ich fast auch gepinkt im video ich habe auch vergessen die das headset aufzusetzen fällt mir auf ich hoffe wir haben kein ton problem ich mache meinen ton hier leiser ich bin ja dämlich ich könnte jetzt noch ein headset rausholen ich habe es einfach vergessen ich habe es einfach vergessen ich bin froh ich urlaub habe ich war jetzt auch wirklich urlaubsreif so was ist das noch flinti also jetzt haben wir wenigstens ein paar flints mal ich meine so richtig viele flints ja trotzdem nicht das nehmen wir auch mit das hier nehmen wir mit another drive has been spotted wo 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 krieg es gibt krieg another drive wo ist another drive wie wo was ja die information ist schön aber das ist doch another drive warte mal gleich mal wieder recruitment erstmals assessment direkt ins assessment center stecken wo will einen hin denn another drive rennt ja irgendwo hier so hin das ist ein flint stone ja der wird natürlich mitgenommen und der limestone natürlich hier ist aber nicht irgendwann treibt immer sehen oder also stamm okay die frage ist was ist mit ihm das muss ich tun um ihn jetzt zu bekommen sein jemanden jahres hier mädel so rekrute den mal wo war denn hier lief doch noch einer rum oder ich habe doch noch einen gesehen ich bin mir ganz sicher wo ist er hin der ohne lampe über dem kopf rum lief oder ich nur dinge aus ich weiß es nicht sie wirbt ihn jetzt an hoffe ich wie sie das macht ist ihre sache wir gucken mal nicht hin aber sie hat wege und möglichkeiten überhaupt nicht machen ist das hier die stelle die ich abgekrasst habe zum zum most recent notification was du wiesn wie mein das wo sind denn die notifications das sind die routes das sind die rolls sind die ressources das sind die stats population oha das hier ist bursches wir haben keine bursches das ist recruitment da waren welche das ist das das ist liefers also liefers möchte ich nicht pregnant es wäre es wäre ich muss mal die dass das weg machen ein no selection und die rekruten uns weg machen ich möchte wissen wer ist schwanger es ist hier schwanger babys keiner dass ich nicht alles aussuchen kann so viel ist es jetzt auch nicht da wäre es jetzt auch nicht darauf angekommen alles drauf packen zu können naja ich lasse es jetzt erstmal so ne gut aber wo ist die die wo finde ich die die notification haben wir irgendwie hingekriegt aus versehen wieder ich habe keine ahnung ich tue wie auch sind das hier die birken ja das sind die birken und wie ist es denn hier jetzt mit dem dorf so hier sieht es ja ganz hübsch aus so ein schönes dorf das ist eine frage der perspektive ich weiß aber meistens nicht wenn das feuer geht ach das feuer geht wir haben hier noch glaube ich noch mammutfleisch was man noch kraften kann irgendwer und not enough light gut aber ich kann es auch nicht abbauen ich kriege es ja nicht wieder weg das ist für immer und ewig hier das nervt das feuer ich möchte gerne das feuer weg machen wer kann ich die denn machen ich grafen kann ich die machen nix binder hey or sand sand can craft nix binder sand i'm the sand man babababu bababababa bibababababu wir graben hier mal was mal gucken was das total gefördert vielleicht sand ansonsten sand ist natürlich auch da ne glaube ich ich habe doch keine ahnung was ich tue das bringt early access manchmal mit sich ist doch quantiert sand da kriegen wir sand das sind so kleine schwarze flügel die nehme ich natürlich mit da darf man nicht da darf man keine falsche bescheidenheit haben und dann gibt es hier noch eine gooseberry ist das eine schlachelberry ich glaube ich goose weiß ich nicht so genau ist hier noch irgendwer am früchte tragen von den äpfelbäumen nö haben wir jemand angeworben eigentlich die mammose ziehen weiter der sultan ist tot so kürbis kann man immer brauchen wir haben kürbis ich will ihn gar nicht da ist auch noch irgendwas flex den kann man auch noch mal sammeln den flex die frage ist ob man flex auch anse anpflanzen kann dann ich bin immer noch auf dem der suche nach dem der antwort nach wie ich bäume fällen kann übrigens das hängen ich bin kenne mir bildschieds da abholen ich kann ja ein stöckchen sammeln das ist aber also nicht weil ich will ich mache mal das tempo wieder höher ich sehe gerade kann ich das auch anders höher machen irgendwie mit pfeiltasten oder so nein damit nicht ich gucke mal kurz in die belegung und zwar ist das ja irgendwie speed oder so eine gamespeed irgendwas naht movement building confirm text entering backspace start record hier gibt es eine cinematic camera steuerung control ne shift ctrl eins edit camera pass krass das ist äh das ist in der tat krass play one play two play three play four play five was bedeutet das seit die bank auf eine log logkammer building xyz so kann man sie auch drehen left back movement ja ist klar toggle speed up ja ja hier her schalten pause ist ja leerzeichen also genau damit können wir anschmeißen so jetzt gucken wir mal ein bisschen zu heißt sich ja zu sehen immer wenn man lenkt geht als wir an das blöd so wir haben hier einiges angepasst es ist natürlich nicht so dass die pflanzen so wahnsinnig schnell wachsen was er auch nicht so realistisch ist wobei doch eigentlich gehen ja die tage tage haben mit den jahreszeit nichts zu tun wenn wir jedenfalls jetzt irgendwie frühling ist alles schön grün es wird ja wieder gelb bald aus dem fall sehr hübsch bei uns also wenn man sich ganz doll bemüht man sich ganz doll bemüht dann könnte man das hier so 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 fast irgendwie als samtenhilfe nutzen ich habe gerade den kerl da am rechten rand beobachtet oder was eine kerlin ich weiß gar nicht das dauert halt echt ewig ohne die fähigkeit holz fällen zu können und ich weiß nicht wie man es verdammt noch mal lernt wir sollten doch eigentlich werkzeuge auch haben was haben wir hier noch ich gucke mir mal unseren lagerbestand und was hier so wo kommt das ding her was kann es und was ist das da das ist erde und das da das hier ich gehe mal säule als info aber es ist doch kein säule large rocks five flint seven stone spearheads okay da sind die die sperrköpfe sechs drei flecks die sechs da kann ich mir irgendwas machen kann ich irgendwas mit kraften kann ich die investigierten ja zumindest kann ich mal die liste setzen der knochen der bringt uns nicht weiter was ist das da soll ja ich will gerne das terrain haben so jetzt stone knife stone stone knife hier liegt noch das tut auch für das ganze mammut fleisch ist das überhaupt jemand warum liegt denn hier set schwalves door und überhaupt was ist das hier das das da sind start die veräpfeln das ist clay der gammelt nicht ist klar was das denn jetzt hallo lass mich doch bitte los das da sind bones und die kann ich erforschen das ist vielleicht gut erforsche mal die knochen genau vielleicht kannst du auch hier liegt noch aber schlechtes baumaterial das ist auch alles dann den tote hühner kann die jemand verarbeiten chicken karkas keine ahnung hier liegen nach äpfel ja raspberries da das sind himbeeren die himbeeren erscheint aber sehr groß small rocks dass die hatte ich ja irgendwie nur so weil die holen die auch selbst hier so ist hier mal irgendwo ein fortschritt festzustellen also hier ist ja noch das ding aber hier kann ich nicht kraften weil kann leid das problem habe ich hier wahrscheinlich auch kann leid wir brauchen wir holz und zwar nicht wenig haben wir noch was neues bekommen und zwar müssten wir flex anpflanzen können das machen wir auch mal wir werden den sicherlich für etwas brauchen ich weiß aber nicht für was aber wir werden ihn wohl brauchen denke ich mal ich mache den flex ohne flachs ich mache den flex hier auf die Seite vom weg dem 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 2 rein flex hier was macht der man mit der flex so und dann ich habe ich habe leider nur hier die birtschen ich habe sonst keinen baum gefunden jetzt ist die frage wir haben da die birtschen gepflanzt und dann könnten wir noch birtschen daneben pflanzen so entsteht übrigens sprache wenn man nicht mehr birke sondern birtsche sagt weil es aus dem englischen birtsch kommt also nein wahrscheinlich kommt die birtsch aus dem deutschen birke aber das ist eine andere geschichte viel im englischen ist ja aus dem ursprünglich war aus dem angelsächsischen sagen wir mal so ist er nicht unbedingt das deutsche aber schon irgendwie deutsch was jetzt auch keine rolle spielt nur interessant sprache ist interessant das wollte ich darauf will ich ihn aus nicht nach sind die dieses mit dem das ganze rot was können wir mit dem machen dass es ihm besser geht kann er vielleicht schlafen gehen oder so kommen wir schlafen junger mann ist ein bett ja wird er denn jetzt geht es da dem hoch ist auf erst erwachsen geworden es ist erst erwachsen geworden nein und hat schon keine haare mehr also langsam wird er wieder gelb das gut gelb ist also grün ist bestie ja der ist jetzt wahrscheinlich auch gelb aufgestanden oder naja gut und hier fehlt mir noch so die entscheidende erkenntnis ist halt nur der hat das ding ist das was macht denn die forschung so über insgesamt was können wir denn jetzt das decoraten bringt uns ja auch überhaupt nichts das haben wir alles gemacht crafting area hammer das bett wird uns auch nicht weiter bringen wir noch torschen bauen aber ich die wird uns auch nicht die wird uns nicht so ich meine sie wird so ein bisschen die eingänge eingänge die wir haben beleuchten ja den kann man so nicht beleuchten hat er nicht ein hintereingang ich dachte ich die nun hintereingang gebaut und ich dich nicht doch hier und die hütten die könnte man auch noch ein bisschen an torschen zumindest lose aber 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 ich meine wir ich mache hier wahrscheinlich alles falsch es gibt ja doch kein tutorial noch nicht es gibt zweimal nicht ein reicht die mammut sind wir doch es ist eine gewagte architektur aber durch die eingearbeiteten stahlträger ist kein problem hier haben wir es mit einem sogenannten stroh einer sogenannten strohdach drohne zu tun die strohdach drohnen die werden ja auch viel aktuell zur aufklärungswecke in der ukraine eingesetzt oder so das hier sieht langsam nach dem haus aus zumindest von hier aus zumindest in einer garage und die hier wird es halt offen bleiben weil ich krieg halt das ding nicht weg aktuell vielleicht wird kommt es noch was wie sehe ich denn jetzt was die eigentlich genau machen ich hätte gerne so eine job liste bild vor crafting areas ach das hätte ich mal vielleicht tun sollen na dann machen wir das mal nach luci ich bin doch am aufnehmen vor crafting areas dann machen wir doch hier aber luci ich bin doch am aufnehmen der erforscht gerade und der auch oder wie und dann hier noch eine so und wer bildet jetzt irgendwer bildet die ich guck mal kurz was sie will die lüse ah ich hab ne glutschis kriegt von ihr dann schick ihr glutschis zurück glutschis sind gut ansonsten sind das andere menschen die mir schreiben ich hasse es wenn mir andere menschen schreiben mir rechten meine frau was haben wir hier ach so da ist noch was ein stück fleisch was ist das für ein fleisch kann man das noch irgendwie verarbeiten also muss so das ist wie der säule so jetzt aber ein mammut miete das eine mammut mit kann das noch irgendwer für brutzeln bitte es muss doch irgendwie ein bisschen wo fehlt es denn stop lighting kann man so ach das würde ich da vorne mal hier stop lighting und jetzt kann ich jetzt abbauen schön schön ich kann es wegräumen ich kann es wegräumen da kann erwarten und dann machen wir das lagerfeuer ziehen wir um nach hier vorne so und dann können wir da hinten nämlich eine wand mit tür ich denke eine türwand macht sinn kann man sogar da noch mal zu machen geht die da schon rein nee der muss erst fertig umräumen daher der herr blockiert mich können auch hier noch eine tür reinmachen dann zieht es nicht so theoretisch ich will ja eigentlich hier das haben ja das sieht witzig aus irgendwie so als hätte man das ist eine steinzeit und man ist oh warte jetzt geht es dann geht es ist denn auch noch keine wand gesetzt oder ist die einfach noch nicht gebaut die ist einfach noch nicht gebaut das gut so jetzt aber und wo kriegen wir jetzt mehr holz her und wer sind rot und tot ich hoffe nicht tot es ist einfach nur eingeschlafen die braucht hilfe family inventory wie kann ich hier helfen move jetzt komme ich hier durch das das gibt es doch gar nicht sind die wände und jetzt komme ich da nicht mehr hin oder wie kann ich dich mal kurz sie kommt völlig erschöpft aber sie kommt warum erschöpft ihr euch so niemand zwingt euch zu sowas kommt geschäfts bett geht ins bett geht ins bett liegt dich hin schlaf ein bisschen ja dann mache ich auch pause blumsch hinlegen und das ist wohl ihr bett die arme hm es bleibt rot noch mal gucken jetzt muss ich noch kraft und store vier stone jetzt möchte ich diese jobs dann noch ausführen ja hätte ich mal gucken sollen kraft ins dorf hier stone hand access vier ich mache fünf und dann kraft in store stone knives mal auf fünf weil offensichtlich brauchen wir ja doch so bone carving bone knife bone ok flex spinning flex twin flex spinning wie mache ich das kann ich das hier machen flex twine wir haben ja irgendwo das rumliegen das zeug und wir können jetzt auch bone flüte das ist cool ich mache mal drei stück knochen flöten total gut so gut sehr gut das wird doch kann man ja noch sagen ich weiß halt nicht wann die so rot werden wenn die sich so verausgaben das ist schon wieder jemand was ist mit dem aber ins bett mit dir kommen wir haben wir nur sitzen oder was stop wird hier move and wait feierleid können wir irgendwas die kann noch nix lernen kann ist und ready coming soon ach so die haben noch kein inventory ja gut early access vergisst es nicht nein was hast du angestellt geh geh weg geh weg mammut ach mut ist denn da schief gegangen was hat denn das mammut was ist mit euch sollte das nicht erforscht werden eigentlich ja und die da ach ja die forscht hier am stock der so world map use a world map with m ui was ist das da hinten was kann es was tut es roots and logistics ah okay sapiens können ressourcen von einem lager platz zum anderen transportieren wenn sie routen benutzen routen sind sehr nützlich um um ressourcen zu verteilen wo sie gebraucht werden ähm sie können auch dazu benutzt werden um äh ressourcen über lange distanzen zu transferieren cool das heißt ich bin jetzt hier auf der world map und wenn ich jetzt hier zum beispiel das rote da hinten sehe komme ich da irgendwie dran weiß ich kann ich das irgendwie anklicken ist das rote was besonderes was kann das da komme ich auch nicht hin ne oder brauche ich dazu neue stämme müsste ich jetzt privat noch ein spiel mit dem anderen stamm starten ja nie um geht das so der muss ins bett was ist los mit dem dass die nicht ins bett gehen so schlepp dich mal ins bett ähm 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 klick at stops klick an source storage area dann klick an mta destination also sagen wir mal mhm sagen wir mal ich will hier äh äh steine abbauen später oder hier baue ich ja schon sand ab ne hier hat ja schon mal jemand gedickt kann jemand nochmal dicken jedenfalls hier wird gedickt und dann mache ich hier ne so ein storage so ein storage das ich niemals ever ever finde und jetzt nehme ich hier ein pass ne stimmt nicht äh jetzt nehme ich hier eine root add ne warte mal die mal hier weg also add stop und zwar ähm dass wir sagen okay äh was es gibt irgendwas zu essen äpfel oder sowas hier zum beispiel ähm das ein apple 16 apple die werden nach da hinten gebracht das ist jetzt total sinnfrei äh die hole ich später wieder ab so so ist das jetzt richtig und auf der anderen seite ja das haben wir schon ähm auf der anderen seite wenn ich hier jetzt nochmal hier noch eins daneben mache und äh ich hier kann ich da kann ich da sand einlagern weil dann könnte ich von hier wenn der jemand sand einlagern würde vorausgesetzt ne also hier würde jemand sand einlagern sagen wir mal so ne ich digge auch hier und digge hier nochmal dass wir mehr sand kriegen ähm dann könnte ich jetzt hingehen und den sand von da aus wieder nach da hinten verbringen dass wieder jemand rot da muss jemand sitzen dann sitz doch komm ihr ich stecke dich ins bett ich weiß nicht ob es deins ist aber ist mir auch egal ich bin hier der guardian nicht der der bettenmanager aber was ich eigentlich machen wollte ist äh feierabend ne ah das spiel das spiel ist schon schön ist das von irgendeiner seite mittlerweile fotografierbar es ist so schrecklich es ist so schrecklich das machen wir aber auch nicht weiter ich kriege kein Holz das ist das elendige ding warum kriege ich nur kein Holz da hinten irgendwo wird das investigated keine Ahnung vielleicht kriegen wir beim nächsten Mal ist schon nicht schön ich begib mich mal in der Posing dass ich so tun kann als hätten wir hier was tolles so wenn nächstes mal jemand ins Bild kommt hallo hallo naja dann zeigen wir doch die Steinzeit wie sie so ist hartes Steinzeitleben so danke fürs dabei gewesen sein ciao da bin ich nochmal das wollte ich euch nicht vorenthalten das ist gerade noch aufgepopst bevor ich verlassen konnte Tool Assembly a sharpened rock can be used with more force when attached to a wooden handle your tribe can now craft better tools and more formidable weapons das heißt vielleicht kriegen wir jetzt auch irgendwann mal den Baum gefällt weil hier habe ich jetzt nämlich hier warte 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 Stone Spear ist schon mal ganz gut aber das hier müsste ja eine Axt sein ne genau davon craften wir doch dann brechen wir eine da und eine da und hoffen dass wir dann wenn wir sowas tolles hier haben dann in der Lage sein werden das wird schon benutzt für das Flexzeug na gut jedenfalls das wollte ich euch das wollte ich euch noch zeigen das hat mich gerade gefreut dass es aufpopste und jetzt ciao bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF, 2020